Dieses Jahr haben wir wieder die Kategorie Musical auf dem Wunschzettel. Der Hauptgrund dafür sind diese zwei reizenden Kolleginnen. Janett Neumeister und Ulrike Baumbach sind Ensemble-Mitglieder des Opernchores des Theaters Magdeburg. Die beiden Sängerinnen haben sich in der Corona-Zeit zusammengetan und ein Programm aus Musical-Frauenduetten zusammengestellt und teilweise auch arrangiert. Ausschnitte aus diesem Programm führten sie in den unterschiedlichen Formaten wie Musical-Triff Lyric mit der Schauspielerin Carmen Steinert, Ensemble-Mitglied des Schauspiels oder in Konzerten in der Feuerwache, dem Moritzhof und Volksbad Bukau auf. Wir werden Ihnen die Ausschnitte aus unseren Auswahlstücken musikalisch vorführen und sind gleichzeitig sehr gespannt, für welches Stück ihr euch letztlich entscheidet. Vielen Dank. Vielen Dank.